Marc, das ist die falsche Seite. Scheiße, aber es hört sich alles noch gut an. Was immer jetzt kommt, es wird vermutlich schlimmer. Richtig, das werde ich nämlich heute ändern. Hier ist deine heutige Aufgabe. Bleib ruhig, oida. Ich habe mir ein paar Sachen einfallen lassen heute, die dir das Leben ein bisschen schwieriger machen, deinen Puls eventuell nach oben treiben. Deine Aufgabe, dein Puls darf heute zu keiner Sekunde über 140 gehen. Sonst hast du verloren. Also los geht's! Das wird geil! Damit das alles seine Richtigkeit hat, habe ich hier ein Langzeit-EKG. Das misst exakt deinen Herzschlag heute den gesamten Tag, sodass wir das nachher beim Arzt überprüfen können. Zeitmaschine! Wir sitzen hier bei unserem Doktor. Wir werden Ihnen jetzt praktisch erzählen, was dem Meinberg passiert ist dem Tag über. Und Sie sagen uns dann, wie hoch sein Puls war. Meinberg, das ist ja auch ein ärztlicher Test, den wir hier machen. Ich würde sagen, wir lassen das mal von jemand anschauen, der sich da auskennt. Was passiert jetzt? Viel Spaß! Na? Oh, wie willst du wehen? Beine auseinander. Entspann dich, Schatz. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt entspannen soll. Doch, doch, doch. Sei doch nicht so schüchtern. Ich glaube, der Meinberg ist schon richtig nervös. Ah, ein Elefant da oben. Nein, 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 wer macht das? Also, das ist, ähm, ist dir wirklich so warm? Ja. Meinst du, dass was nötig ist, das alles auszuziehen? Uah, war heiß. Ganz locker. Du zitterst ja, was ist denn los? Ja, ich, äh... Ich bin aufgeregt. Wie würdest du gerade deinen Puls einschätzen? Ich hoffe, dass er noch im grünen Bereich ist. Du darfst mir jetzt meinen Arsch einkriegen. Vor laufender Kamera. Ja, das, ähm, wollte ich immer schon mal machen. Ah! Ich glaube, ich hatte spontanen Herzstillstand. Also, vielleicht war das eine gute Aktion für mich. Dann starten wir jetzt die Auswertung. Kein Pulswert darf über 140 sein. Immer so um die 80, 85 und eigentlich tut sich ja hier, ähm, nicht so richtig was. Ja, vielleicht bin ich doch schwul. Meinberg, willst du uns was sagen? Und wenn das jetzt alles nichts geholfen hat mit deinem Puls, dann habe ich jetzt eine bombensichere Nummer. Oh Gott, ich merke richtig, wie mein Herz schlägt. Das darf nicht sein. Meinberg, ich werde jetzt... Ruhig bleiben. Ich werde jetzt deine sexuellen Rezeptoren ansprechen. Was hier drunter ist, wird dich an dein erstes Mal erinnern. Meinberg, da kommen doch gleich Gefühle hoch. Also, danke, dass du vorbeigekommen bist, gell. Ciao. Du bist so ein Trottel, ey. Du bist so ein Trottel. Du, Meinberg, ich habe gerade gehört, der Aufzug geht leider nicht mehr. Das Haus hat 17 Stockwerke, wir sehen uns in 5 Minuten oben. In 5 Minuten? Ich mache die Regeln und du führst sie aus. 5 Minuten? Würden Sie sagen, dass es möglich ist, wenn man nur 5 Minuten hat für 17 Stockwerke, dass man da Puls unter 140 bleibt? Nee. Vermutlich selbst ein Trainierter tut sich dann da schwer. 17. Etage. Ich bin noch ganz außer Atem vom Aufzug fahren. Also, wenn das genau hier der Gipfel war. Das ist der Gipfel. Ich bin hier bei maximal 123. Das kann nicht sein. 123! Marc, die Wahrheit ist, du bist ein Idiot. Und so habe ich das gemacht. Das ist zu, was kann. Ich merke es jetzt schon. Gregor, du sagst nichts. 16. Etage. 4,20. Ich glaube, jetzt könnte ich oben so langsam ankommen. Nächste Nummer. Ich arbeite hier schon ein bisschen länger zusammen mit ihm. Es gibt eine Sache, die er hasst. Wenn sich Drehs verzögern. Manchmal hat man so Tonprobleme oder so. Da ist er auf 180 immer. Genau das machen wir jetzt. Was und was bist du? Also, Leute. Also, lass uns weitermachen. Zack, zack, nochmal. Nochmal. Es geht jetzt weiter mit der nächsten Aktion. Zack, bumm. Ja, irgendetwas. Scheiße, Akku bringt auch. Nee, hinten haben wir noch einen. Warte, bleib stehen. Alter, was ist das? Wollen wir woanders hin? Jetzt musst du auf dieser scheiß Rampe. Das ist doch kackegal. Der Wind ist ein bisschen stark. Ich war wirklich sauer. Ich habe mal jetzt auch ein bisschen Angst, weil da war ich zumindest gefühlt auf 180, so innerlich. Ich hasse das, wenn ständig irgendwas schiefläuft und es nicht weitergeht. Irgendwie, warte. Jetzt, die Lüftung ist immer so Aussätze. Es ist immer hier hinten so. Okay, ich kann es nicht mehr. Das war natürlich alles so ein Spaß, weil ich weiß, wie sehr du es hast. Nicht reg dich das scheiße auf und ständig geht dir was schief mit diesen Idioten hier. Leider ist das so realistisch. Deswegen habe ich das geglaubt, weil es immer so ist. Scheiße. Jetzt muss ich mich beruhigen. Also zu der betreffenden Zeit war es maximal 111. 111. Ich bin zwar sauer geworden, aber ich konnte meinen Puls trotzdem kontrollieren. Aber zu 140 fehlt es da noch ein bisschen. Aber es kommt ja noch was. Ich warte darauf, dass der Meinberg aufs Klo muss. Dann bin ich vorbereitet. Jetzt kann ich wieder nicht hingucken. Also die höchste Frequenz des Pulses war 112 pro Minute. Aber in der ganzen Zeit geht er nicht höher. Meinberg, kannst du hier drin kurz noch warten, bitte? 120, Ruhe, Puls, ich wäschte mein Gefühl. 120, es ist ja... Das mit der Folie hat nicht so gut funktionieren. Nee. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um das wahrzumachen, was gleich passieren wird. Seitdem ich Kind bin, träum ich von diesem Moment und jetzt auch noch gegen meinen größten Feind. es wird Zeit, deinen Puls aufs Maximale hochzutreiben. Feuer frei! Ups! Knapp, der Führer! Wie knapp das einschlägt! Darf ich dir vorstellen, das ist Dieter Führer, Sportmesserwerfer. Der hier würde mir schon sehr gut gefallen. Ich sag mal, ich glaub, das tut den Puls gut. Ich glaub, er geht grad etwas nach oben. Der Messerwerfer kommt in Sicht. Oh, 120. So wollen wir noch gar nicht. Meinberg, bist ganz ruhig. Nee, tu's bitte weg ohne Scheiß. Ich hab Angst. Du könntest jetzt, das schaffst du nie für immer beenden. Das ist ja meine Scheiße. Eine einmalige Chance. Also. Was? Was machst du jetzt? Ja, ich kaffer dich jetzt dahin. Wir tasten uns erst an den Gipfel heran. Nein! 125. Nein! Okay. Bitte jetzt kurz Konzentration, Spaß beiseite. Ich zähle bis drei und dann werfen sie. Kann man es nicht einfach machen? Das wird immer schlimmer. Ich zähle bis drei und dann geht's los. Eins. 129. Zwei. 135. Drei. Meinberg. Du bist mein größter Feind, aber ich werf doch nicht echt ein tödliches Messer auf dich, Mann. Was ist los mit dir? Hättest du mir das echt zugetraut? Ja, natürlich hätte ich dir das zugetraut. Aber weißt du, was das Schöne ist? Für deinen Puls reicht das absolut aus. 138. Und tatsächlich. Was, was, was? 138 ist tatsächlich das höchste, das wir hier haben. Und? Jawoll! Ja, Sie sind sicher, oder? Ja. 138 ist der höchste Wert. Jawoll! Worauf ich mich so richtig freue ist, dass der Puls von Marc bei der Strafe auf 180 gehen wird. Dafür werde ich sorgen. Und ihr abonniert mal hier schön unseren Kanal. Oder ihr schaut, wie Ari sich auf dem Motorrad schlägt, wenn sie einen Weenie fahren muss. Ja, und wenn ihr auf echte Action und pures Adrenalin steht, dann guckt unbedingt auch bei Team Playground vorbei.